Wenn du erleben willst, wie wir für unsere Meere forschen, dann komm ins Land zum Leben. Hallo, mein Name ist Bianca Suffrand. Ich arbeite bei der Kraken Power GmbH, einem mittelständischen Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir sitzen hier und sind ein weltweites Unternehmen, das Tiefseebatterien und Antriebe vertreibt. Wir haben druckneutrale Systeme, die wir in die ganze Welt verkaufen. Und die die Meere auch erforschen. Mecklenburg-Vorpommern ist für uns ein interessanter Standort, weil wir das Meer direkt vor der Haustür haben. Wir können hier einmal arbeiten in der Tiefsee, wir können einmal direkt mit der Ostsee arbeiten, wir können unsere Produkte ausprobieren, wir sind logistisch gut angebunden. Das ist einfach ein sehr vorteilhafter Standort.